Hallöle Popöle und Willkommen zurück bei Luterkings mit der Fadeau. Hi Fade. Drecksau. Ah! Ich will die Gegner stand! Ja, von wegen. Ja, glaub ich hier kein Wort von. Ich will dich doch wirklich. Ganz ohne Flachs. Lass es echt mal probieren. Sind wir jetzt schon hier? Ist ja hier drin schon. Ähm. Oh ne. Hau raus, die Sau. Ich hau mein erstes Mal. Aua! Oh! Du wolltest auch rausschauen. Weil die brauchen echt viel Damage. Mhm. Ey, der ist fast tot. Der Wurm. Der der! Ja! Wann ist mit dem anderen 12 Wurm an? Ja! Na gut, das war jetzt kein Wurm. Da sind nur die Eisdinger, die gehen relativ. Eisdinger? Eisdinger. Oh ja, gibt nicht Eis. Nicht viel. Ganz viel. Nicht so nah. Das war doch nicht jetzt, oder? Nö, nö. Da kommt noch ordentlich. Gar nix. Was? 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 Hä? Nein. Das war's. Na dann. Tschüss. Komm mal, Drecksau. Jopp, danke. Ich hab was alles gekriegt. Oh, wie geil. Boah, du bist so ne dumme... Waa? Kacksau. So. Komm doch. Oh. Hast du mich etwa gerade... Hast du mich gerade? Oh, Mann. Aber komm, es macht Spaß. Ja, ja. Es macht echt Spaß. Ja, ja. Gegnerstann. So, Faye ist ne alte, kleine Lügner. Nee, ich hab dich nur gestandt, weil du mich beworfen hast. Der war schuld. Aha, ich weiß aber nur, wo eine ganz fette Truhe ist. Aha. Komm ja nicht hinter der. Geh weg. Weil du gar nicht weißt, wo noch einer ist. Gibt ja auch keine mehr. Hä? Hä? Hoppala! Wo bist du denn hin? Ey. Ja, das bei Eisdingern. Du bist wahnsinnig. Natürlich bin ich wahnsinnig. Äh. Hä? 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 Ja, direkt fast Panzer durchbrochen. Direkt, äh, beide. Kannst du Rechtsklick machen? Nee, kann ich gerade noch nicht. Achso. Fuck. Sauber läuft. Seh' noch irgendwo einer? Nö, ne? Musst du dich heilen? Jetzt nicht mehr. Ich bin voll. Okay. Du auch? Du bist auch voll. Naja. Oh, am Sammelz und dann viel zu noch. Ey, ich will wirklich Gegner mal Stan. Ich möchte das echt mal testen. Ich hab das echt. Aber ich will nicht wissen. Oh, oh. Hilfe. Warte mal. Und Eis, Digga. Zu weit geworfen. Na, ich auch. Shit. Weil es mir noch nie gelungen. Wirst du mal auf mich zu ballern? Ich hab jetzt nicht auf dich. Ich hab auf den Käfer da. Ein bisschen mehr. Oh, scheiße. Ich muss mal... Was denn? ...eben gucken, ob ihr Pilze sind zum Fretten. Achso, da ist ja noch einer. So. Ja, klar. Pilze, weißt du? Macht aber erstmal den Loot leer. Nee, hab ich gar nicht. Guck mal mein Leben an. Ich suche hier gerade Pilze. Hier sind keine Pilze. Was? Hier sind keine Pilze. Was? Hier hoch, da ist ein Käfer. Ich weiß nicht, wo der ist jetzt. Ah, doch. Ich... Da... Da waren ja noch Pilze. Yo. Also das Dennen ist echt schwer. Ich hab das echt versucht, ne? Ja, sicher. Hier waren ja meistens noch ein bisschen was an Pilzen. Was macht denn da Wow? Wow macht da was. Dann hörte sie eher nach Wow an. Alter. Da... Mehr Pilze nicht gefunden? Nee. Da sind die auch nicht mehr. Hä? Tja, müssen wir im nächsten Raum schauen, wa? Decken, oder? Ja. Oh, warte. Geh dir erst einen Pilz holen. Geh dir erst einen Pilz holen. Ja, einer ist gut. Ich brauch' wahrscheinlich mehr. Ich geh mal eben hier. Ich loote wirklich nicht. Damit mein Leben nicht mehr ganz so low ist. Weil das ist jetzt eng. Wenn... Loot hast du eigentlich nicht. Uah! Was denn? Da sind Würmer auch, ne? Was denn? Was hast du gefragt? Du hast... Du hast... 113... Hol... Lass deine Geister auf... Äh... Ja, jetzt nicht mehr. Ja, ist ja egal. Die, äh... Ey! Warum hauen die ab? Achso. Ja, super. Sind zwei Würmer. Deswegen sind die abgehauen. Ich weiß noch nicht mal, ob die uns angreifen, auch. Nur mal treffen, ne? Ja, tu ich. Das Problem ist... Die Rüsse ist da schon wieder fast oben. Ups! Der hätte auf uns jetzt gezielt, oder? Ja. Oh, die Rüsse geht immer so schnell hoch. Mhm. Achtung. Ah, ne. Jetzt kann ich es. Flup! Und dafür macht man's... Waaah! 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 Hau drauf! Andere Taktik, äh... Zu zweit. Als das packen war. Nö. 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 Das war ein Versuch. Oder er hat keine Rüsse über aufgebaut. Waaah! Waaah! Ja, komm! Waaah! Jetzt noch nicht! Wo ist er? Waaah! Ich guck gerade auch. Oh! Vor mir! Ja, ich seh's gerade. Ich balle einfach mit drauf. Wup! Nein! Der hat mich getroffen. Und zwar derbe. Ich brauch nen Pilz. Dich auch? Nee, nee. Oder meintest du jetzt wegen, äh... mir? Hat der dich getroffen? Nee, nee. Oh, der ist fast down. Fast, 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 fast. Uh! Jo. Ah! Noch gerade eben. Oh! Da sind noch zwei! Alter! Alter! Alter Verwalter! Der hat mich gut getroffen. Hast du nen Pilz? Ja, ja. Ich hab zwei gerade genommen. Boah! Alter! Guck mal, der bringt ja fast gar nix. Boah! Der hat mich aber echt... Der aber getroffen. Vorsicht! Jo, hab ich gekillt. Aber einen haben wir noch. Einer... Einer ist da noch. Waah! Uah! Oh, scheiße. Okay, ich hol dich zurück. Ich hol dich zurück. Wo bist du? Ähm... Wo bist du? Bleib doch einfach hängen! Ach so. Renn! Jetzt schnell! Renn weg! Ich kam noch nicht weg. Ich musste ein bisschen warten. Jo! Achtung! So! Ich trau dem jetzt gerade nicht. Ja, ich... Er beschießt doch... Er beschießt uns. Ich baue auch mal grad eben... ...mein Geist auf, weil... ...ich glaube... Flup! Komme ich nicht weiter. So! Jaja... 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 Komm! Truff! Truff! Ähm... Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ah, hab ihn. Hier! Dann haut er mal wieder ab. Vorsicht! Ja, ich wollte nur noch mal eben... Wurm auf der Flucht! Wurm auf der Flucht! So! Uah! Der müsste bei dir sein. Aber ich hab schon meine... ...mein Geist. Ja, ich hab mein Geist gerade. ...nein Geist. Das ist schon wieder bei mir. Wurm. Das weg. Ja, jetzt ist er grad runter. Uah! 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 Hau! 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 Nein! Mein Hintern! Uah! Hau! Gratz springen! Hau! aber Prozent ich brauche auch ein Pilz dringt aber dankeschön Puh hast du mir im Arsch getreten? Ja die treten sich in den Hintern oh ich habe alles dumm, die ganze Musik ist dumpf bei mir so dumpf wie dumpf die dumpf man Weapons! Shop! ich habe 131 Loot, was hast du? 29 das reicht nicht ne aber guck mal ob da Pilze sind oder so hier sind natürlich voll keine Pilze ne das ist doch zum Kotzen 134 Loot, ja das bringt uns nichts ne noch nicht ja gut, dann äh weiter du bist jetzt schon waren wir hier schon? ja ja da oder da äh dann da äh dann da ähm ich geh zuerst eben rein um Pilze zu gucken und welche zu nehmen du bleibst bitte vorne an Stieren weil das ist der enge blöde Raum na schon wieder so ein enges Ding ach ich höre was soo da wären na du bist na komm ich nehme die letzten Pilze mach dann habe ich wieder ein bisschen was wollst du stacken stacken die stack mal mal hin erst mal stacken und dann schau mal was da auf uns zukommt oh nein ähm oh nein erst den mich treff den kann ich selber ja ok ist klar uah uah zwei stück super äh so jetzt mach ich mal ne ja uah nein ne haut auf den der direkt vor uns ist Pappnase äh ist doch viel einfacher super der ist schon zur Hälfte glaub ich runter da mhm ähm mhm ich warte bis der da ist hopp oh und der andere ist genau vor uns der andere ist genau vor uns ja ich seh ja warum schießen auf den anderen weil ich den erst nicht gesehen hab aber jetzt hab ich ihn ja gesehen ähm deine geister deine geister hab ich doch gerade gerufen achso ja einer ist down einer ist down einer ist down es geht es geht oh nein da sind noch ein neuer wurm ist gerade gespawnt und ein eisding nee achso da waren deine so hau drauf 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 jetzt sind sie aber weg aber meine Ulti ist fertig oder Gütterfähigkeit, Entschuldigung, ich sag mal automatisch irgendwie Ulti ja, komm gib auf, Alter, kurz vorher, ne ja, ja das gibt's nicht, jetzt hau rauf weil, jetzt hab ich also ich aber, ich hol dich schon wach hau rauf jo puh das war knapp ja vielleicht auch äh, du zuerst oder ich zuerst ebenso dann hab ich eben gucken, Pilze oder so also ein Pilz hast du hier hängen nur welche und da ist ah, ok, dann nimm ja nochmal ein, damit du auch voll bist ja ja, ganz voll bin ich nicht, aber ja, wo dann stecken Steady Steakman komm einer, ein Pilz fängt und liegt da noch, also ich mach nochmal ok, eins was haben wir da noch und neun wie soll man die Würmer dieses Mal so vermehrt aber besser als die Geister auch hat man das schon was kann ich wollte dir jetzt warten auf die Würmer und wisst ihr wer down ist ok ich mein auch noch weil sonst haben wir hier ein großes Problem ne ne oh hier ist Käfer oh uah als Berserker naja ähm ähm aua aua aber der war aua ja, das Problem ist ich weiß nicht wo drauf ich schießen soll weil gerade ok, Geister sollen wir einen Wechsel machen, bitte? wo ist der Hirschkäfer? ich hör nämlich nichts mehr ja, ich weiß grad auch nicht wo der ist ich glaub der ist down ähm ähm aua äh sind deine Geister weg? ja gut, heißt also ich muss meine rufen ja bitte Entschuldigung der hat schon wieder komplette Russie ne der dann ist neuer achso da hinten ist auch noch einer zack 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 ich versuche da zu gucken aua aua der ist in uns das ist auch böse, ne? so, haste? alles klar ja, ja deine waren weg, ich hab dir grad gesehen ah hinterm Stein alter oa alter komm gib NEIN sorry warte, ne 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 lass mich, lass mich, lass mich lass mich lass mich einfach liegen ne boah alter nein, nicht da oah du bist echt des Wahnsinns, ne? aber anders hätt das nicht gefunden ja doch du kannst dich doch nicht einfach stacken, ey weil du du bist ja dann erstmal hasten Stun wenn dich stackst doch gut geklappt manchmal muss man wahnsinnig sein um zu gewinnen ja, hätten wir verloren, was dann? dann wär's Pech gewesen ne dann hätt hier den Hintern aufgerissen level up so, dafür schmeiß ich ihn ins Feuer ja komm auch wenn's lebensmüde war es war die beste Alternative oder? no risk, no fun mhm gib dir gleich mal no risk, no fun wir sind schon wieder bei 20 Minuten komm mal her 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 steck dich jo boop boop ah bist du dämlich schärf dich hoch weil du zu blöd bist so ja komm auf mal drauf äh äh ja, bitte mhm huch ey, alter ich hab nur 40 ich hab 147 ja, reicht noch nicht alter äh nein ich wollte erst Pilze fressen, ne? ja, hätten wir eh beide gemusst ne, ich brauch nicht mehr aber du musst dringend und dann würde ich dir jetzt mal dringend vorschlagen friss Pilze erstmal erst mal Pilze fressen ich bollas schon mal drauf äh boah, so ein scheiß hier ist Käfer mhm, hab ich auch gerade gesehen Vorsicht noch einer baa hast du Geister? nein, hast wahrscheinlich nicht äh, kann ich noch nicht ach so hab ich schon hattest du schon? okay gerne irgendwo drauf ja, warte, ich aktiviere Geister oh, wo bist denn du? hier ah, ich bin gleich down äh so ich hab Geister aktiviert äh, ich hab Geister aktiviert aber ich muss meine glaube ich auch weil irgendjemand ist hinter mir her ja, komm rüber komm, steck dich jetzt können wir jetzt können wir Gas geben ach erst mal auf die Hirschkuh hau auf die Hirschkuh auf die Hirschkuh auf die Hirschkuh die sind so ätzend diese ja, erst mal down eine Hirschkuh ist da noch und zwei äh Drachis au au ja au au für mich auch au au hopp und da hat er oh ne, nicht schon wieder Käfer oh, da können die mich sich ver... schieße erst auf die Käfer er ist auf die Käfer ja, ich weiß, ich versuch ja sag mal nur Bescheid, wenn die äh okay, deine Geister sind weg, und meine... oh, noch ein Hirschkäfer einen noch okay, äh, was ist mit deinem Geist? okay wo ist der Hirschkäfer? da hau direkt auf den Hirschkäfer drauf ja, in Bewegung ist das etwas schwieriger weil dieses blöde Fuckviech... äh, Entschuldigung ich wollte ja nicht mehr so viel floren einfach drauf, einfach drauf so, alles klar zack, zack meine sind auch da so warte mal, Entschuldigung was hab ich denn da jetzt? ua uu uu der hat aber den Fokus noch was hab ich denn da? ach, Kirschkäfer ua ua ich hab meine gerade ach so wie gemein du hast dauerst ja wo ist der? ist der Amo? da haha gut, ne? gutes Teile natürlich aber das habe ja jetzt beide die ganze Zeit schon gemacht so ich glaube das war's okay ich fress jetzt mal einen Pilz ich muss wäre wahrscheinlich nicht das verkehrteste das ist auch ein komischer Pilz, der rumkugeln und goldig aussehen nach Lütt nee, ich hab aber ja mhm ich hab wirklich schon einen Pilz gefressen ja, ist klar weil mehr sind ja auch nicht da ich hab die meisten doch schon gefressen mehr sind hier nicht die schlechten Spilzen du? ne, ich weiß, hier sind nicht mehr danke zack, und denn hab schon gerade siehst du euch hall hoch ich hab 170 wie du 61 106 oh, ich kann man 6,40 ne, du kriegst gar nichts mehr okay, dann nicht du kriegst gar nichts mehr da müssen wir eh den Shop finden aus dem Blatt, ja doch doch oh, warte oh, eh nicht weil, äh hier ist schon der Fahrstuhl fahrstuhl ah, dann haben wir ja irgendeinen Raum übersehen nö wieso wir waren doch schon im Shop ach ja, stimmt du kommst nur, wenn du alle Ebenen durch hast in den Fahrstuhl-Raum so ich hab jetzt 6, äh 68 diese Schnickelkack geht an Fredo und das nur und das nur, weil sie nicht laufen kann ey weil sie nicht laufen kann was denn wo wir getrennt gespielt haben war wir auch nicht schlecht bitte was bitte was bitte was du kannst deine Mit-Goblins dann nehmen du Pilze auf sie wirfst was was generiere Dungeon macht jemand mal Ei Ei warte auf Noob Fee steht da warte auf Noob Fee eine Missionskarte steht auf dem Spiel verschlinge mehr Pilze als alle anderen um diese Karte freizuschalten starte mit plusfünfzig leben bum 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 boah es hat ne fette Truhe ALTER Ach du bist ne dumme Saar ALTER ich würde mich mal ärgern ALTER jetzt... ALTER Verwalter Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn Faye stirbt. Was? Wenn Herr Do stirbt. Tschüss. Wenn wir wieder wegen Faye sterben. So, tschüss. Tschüss. Tschüss.